Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich ziehe heute um, also am Samstag, das Video kommt noch am Samstag. Und aktuell habe ich noch Internet, weil ich stehe hier gerade in meinem legeräumenden Zimmer. Kann sein, dass es deshalb ein bisschen heilt. Aber sobald ich umgezogen bin, werde ich vielleicht erstmal die ersten paar Tage kein Internet haben, sprich dieses Wochenende. Vielleicht auch noch Montag, aber danach bin ich dann wieder online unterwegs. Aber für den Fall, dass ihr mich anschreibt oder so und ich nicht antworte, ich bin daran umzuziehen und kein Internet zu haben. Auf jeden Fall, wir sprechen uns dann wahrscheinlich wieder am Montag bzw. am Dienstag. Aber ihr müsst keine Angst haben, ich habe noch ein paar Videos auf der Platté. Also ihr werdet nicht ohne Videos hier auskommen müssen. Nein, nein, nein. Ja, auf jeden Fall, wir hören uns dann später.